Jawoll, 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 unsere ersten Ruinen, jawoll, geil, oh ist das geil, oh, Augenschmaus, schaut euch das mal an, Leute, oh ist das geil, jawoll, und so ist das gewesen in den anderen Aufnahmeversuchungen, genau so, ich hab was versucht zu bauen und dann kam das hier dabei raus, aber, scheiß der Hund drauf, ich baue einfach weiter. So, da bin ich wieder, ich hab mal ein paar Welten gelöscht, die ich im Überschuss hatte, ich hab mir grad überlegt, gehabt, dass ich die einfach mal entfernen kann, ja, das wollte ich jetzt nicht mit entfernen, das ist immer ein bisschen doof, wenn die Sachen sich hier verbinden, ja, dann hat man den Salat, brauche ich mal ganz schnell wieder zu. Ich will das nicht so haben, das, weiß ich nicht, das, oh, ich muss mal wieder nach oben, ich komme nicht vernünftig hin, gut, dass man den Flugmodus hat, so, zwar, oh, es wäre so dunkel hier drin, das ist zum Kotzen, möchte jetzt ganz gerne hier erstmal normale Treppen haben, das ist keine Treppe, das ist ein Stück, hä? Ich möchte ganz gerne eine normale Treppe haben, bitte. Achso, ich hatte hier nur falsch rum, aha! Das, ich bin ja witzig. Hier ist die Tür. Ich hätte ganz gerne hier nochmal, weiß ich nicht, ich mach das mal so, ich hätte das ganz gerne mal so und dann gucke ich gerade mal, dann baue ich hier mal nochmal hier so zwei Türen hin, dann hat man hier eine kleine Ebene, eine kleine Fläche und dann kann man hier hochgehen. Hier baue ich am besten noch eine Treppe hin, würde ich mal sagen, sonst ist das hier unten zu, ja, sonst hat man hier unten nicht so viel Platz mehr. So, dann mache ich das gleiche hier, ich baue zwar die Fenster teilweise zu, aber da ist jetzt mal drauf geschissen. So, und dann kann ich hier schön die Holzbretter aufbauen. Ähm, ja, weiß nicht, wie könnte ich hier theoretisch noch mehr Treppen machen? Soll ich vielleicht hier auch nochmal ein paar Treppen machen in die Mitte? Dann ist das hier nicht so, weiß ich nicht, so in der Luft, so, dann kann man hier vernünftig hochgehen. Muss ja auch noch was aussehen, Leute, ne? Dann kann man hier, ich überlege gerade, was man, ich muss mal kurz hier frei machen. Was kann man denn hier machen? Hm, ich weiß es nicht. Ja, so hat sich das Spiel dann, so spielt man das Spiel dann halt, das macht, macht Bock, man kann halt bauen, was man will und das finde ich halt cool, das gab's bei Minecraft auch schon so. Das ist, so das Prinzip, ja, bau was du willst, das ist echt süchtig machend. Jetzt muss ich gerade gucken. Wie kann ich denn jetzt noch einen Weg nach oben bauen? Ohne, dass es irgendwie richtig heftig stört. Vielleicht so eine Schräge. Eventuell so. Ja, jetzt kann ich auch besser bauen, Leute, ich hatte einfach nur kein Memory mehr irgendwie, irgendwie kann man nur nicht unendlich Blöcke setzen, das ist ja ein bisschen doof. Oh, die Musik ist so episch. So, und dann baue ich das nochmal hier so hin. Vielleicht nehme ich da mal eine gerade Treppe. Muss ja nicht alles mal so schräg sein. So, sieht jetzt ein bisschen kacke aus, aber es erfüllt Sinn und Zwecke, man kann hier dann vernünftig hochgehen. Jetzt würde ich jetzt gerne alles per Stein machen, aber das nimmt doch alles viel zu viel Platz weg, oder? Wenn ich das jetzt alles mit Stein ausschmücke. Ich brauche hier erstmal fettdick, äh, Licht, weil ich sehe nix. Dafür sind die Tools ganz schön. Das macht so ein bisschen mehr Licht ins Dunkle. Ja, läuft. Wie kann man denn vielleicht einen Tisch hinbauen? Mit Stühlen, weiß ich ja nicht. Wie schaut denn das aus? Ich sehe so wenig. Ja, kann man machen, ne? Kann ich nicht irgendwo die Helligkeit herstellen? Das regt mir jetzt gerade ein bisschen auf. Nee, geht nicht. Ist das blöd. Weil schaut mir jetzt so, ihr kommt doch gar kein Licht richtig durch. Oder ändert sich das halt immer so. Egal, das mache ich jetzt per Holz. Wenn ich da jetzt so einen fetten Klopsel mache, dann habe ich eh kaum noch Platz. Deswegen. Fühle ich das jetzt per mit Ohr hoch. Wo habe ich das jetzt hingebaut? Aber das ist immer ein bisschen ärgerlich. Seht ihr hier? Hm. Ich habe mich wieder das mit abgebaut. Wollte ich gar nicht. Ich glaube, hier hat sich so ein Fenster, ne? Ihr müsst immer aufpassen, wo ihr die scheiß Dinger hinsetzt. Die Melodie macht irgendwie gerade voll happy. Sieht doch schon mal ganz okay aus. Oder nicht? Für das allererste Haus. Aber wir fangen ja auch klein an, ne? Von dem her. Geht das so? Ja, man kommt vernünftig hoch. Würde mal sagen, hier auch mal zum Abrunden. Kann man ja nochmal hier so. Obwohl, gibt es auch eine Schräge? Was ist denn das? Das ist zu groß. Ja. Kann man mal machen, ne? Aber da kommt nichts mehr hin, wa? Da passt nichts hin. Doch. Hier, okay. So, dann ist es so ein bisschen rund oben. Und dann kann man... Kann man die nochmal hier hinstellen. Damit man dann hier oben rumgammeln kann. Wie man möchte. Und dann... Runterschauen kann. So. Ist doch ganz okay. Dann kann man... Sag ich mal, jetzt hier nochmal ein bisschen Holz rausholen. Also, ich will mal so einen Stab hinstellen. Wie hoch geht denn das? Na, ich flieg mal wieder. Dann kann ich das besser überblicken. Dann kann man theoretisch... Hier dann... Hier dann... Ein bisschen... Hochbauen. Und dann... Eine Flagge dranhängen. So. Das sieht doch so ganz okay aus, Leute. Oder was meint ihr? Jetzt muss ich nur gucken, wie ich das hier unten noch weiter beschmücke. Und das ist hier so verfickt scheiße dunkel. Die fucking machen ja auch kaum Licht, ne? Also, es hilft fast gar nichts. Ist ja ein bisschen schwach. Wenn ihr noch Tipps habt, wie man dann... Dementsprechend vielleicht... Hier mal ein bisschen besser was sehen kann... Dann sagt mir das bitte. Kein Plan. Das wird jetzt einfach so ein Lagerraum hier. Einfach mal so ein paar... Fässer hin tun. Hier so, weißt du? Ey, die machen ja echt kaum Licht. Das ist doch ein Witz, oder nicht? Ich seh gar nix. Okay, hier sollte man vielleicht... Nur mal ein paar Blöcke hin tun. Geht das denn? So sieht das doch ein bisschen kacke aus, oder? Kann hier aber nix hinbauen. Das sieht doch dumm aus. Oder warte mal. Ich speichere jetzt nochmal kurz. Wenn ich jetzt den Block entferne, bitte stürze nicht alles zusammen. Ah, bitte stürze nicht ein. Weil theoretisch... Es gibt doch hier noch so... Oh Gott, ich seh überhaupt gar nix hier. Es gibt hier noch irgendwo so'n... So'n Block... Weiß ich nicht... Den man so drehen kann. Der dann das Ganze so'n bisschen abrundet. Hier. Kann man den drehen? Eventuell? Nee, der ist das nicht. Der ist das auch nicht. Der war das, glaub ich, ne? Ja, der Block war das. Den kann man dann... So hinbauen. Passt mal auf, Leute. Na, jetzt sag doch mal hier... Die scheiß Kisten im Weg. So. Dann kann man das so schön machen. Dann sieht das doch auf jeden Fall mal ein bisschen besser aus. Hier brauche ich die runden Teile wieder für... Na, die hier. Ich glaub, die waren das, oder? Ach, Mensch. So schwer ist das doch nicht. Ich geh hier durch den Geraden. Hier kann mal ein bisschen Licht rein. Das ist aber immer noch nicht heller. Aber so ein kleiner Lagerraum. Da kann man da so hingehen. Ja, jetzt kann man aber hier nicht mehr hoch, weil das die Treppen waren. Simi, du bist ein Held. Ach, Mensch. Jawoll. 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 Unsere ersten Ruinen. Jawoll. Geil. Hm. Oh, ist das geil. Oh. Augenschmaus. Schaut euch das mal an, Leute. Oh, ist das geil. Jawoll. Und so ist das gewesen in den anderen Aufnahmeversuchungen. Genau so. Ich hab was versucht zu bauen und dann kam das hier dabei raus. Aber. Scheiß der Hund drauf. Ich baue einfach weiter. Ich lass mich hier nicht runterkriegen. Nee, nee. Nö. Ich baue jetzt da drüben weiter. Oder hier unten. Ja, hier ist gut. Was, das kann mich mal da oben da. Normalerweise hätte ich jetzt wieder von vorn angefangen. Aber irgendwann kann man nicht mehr nach 10.000 versuchen. Es geht an gegen die Nerven. Man kann halt einfach nicht mehr, Leute. Das Spiel, das, 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 das Stress so. Irgendwie ist das cool mit den Effekten, wenn das alles in sich zerfällt. Aber. Ach, dann nimmt man zu viel weg. Und dann, ja, ist das ganze Haus kaputt. Aber jetzt hab ich euch mal. Jetzt hab ich euch das mal gezeigt, wie das dann ausschaut. Wie, wenn man, ja, wenn was kaputt geht. Gestern hab ich das so schön hinbekommen, Häuser zu bauen. Ist denn heute los? Heute krieg ich ja gar nichts mehr gebacken, Leute. Das ist unglaublich. Das ist unglaublich. Ich könnte ausrasten. Warum nur, warum? Ich weiß jetzt nicht, was ich da baue, aber ich baue irgendwas. Ich mach jetzt erstmal den ganzen Boden, bis ich mal hier irgendwas, weiß ich nicht, ein Dach, äh, Dach baue. So, die Scheiße muss hier wieder verschwinden. Wunderbar, Leute. Auf der Welt. Wow, die ist jetzt schon so schön, was wir alles hier schon gebaut haben. Das ist unglaublich. Oh, ich könnte kotzen. Wirklich. Jetzt, jetzt hab ich da eine Viertelstunde verschwenden mit dem Haus und dann ist das kaputt gegangen. Bin ja mal gespannt, wie viel hier im Laufe des Let's Plays noch kaputt gehen wird. Ich bleib jetzt aber auf der Welt. Das seh ich nicht ein. Das seh ich nicht ein, dass ich jetzt hier wechsle und nochmal neu anfange. In so einer Scheiße. Das hat irgendwie auch was, ne? So hier. So zwischen den Berg so durchgegraben. Das hat irgendwie was. Platzieren wir mal ein paar Blöcke hier hin. Ich baue jetzt hier einfach mal was. Und man kann ja später noch gucken, wo man dann da ein Haus hin baut. Und machen wir so eine kleine Bergstadt oder sowas. Wenn's denn alles hinhauen will, ne? War? So. Dann baue ich jetzt hier noch eine Treppe hin. Den Berg entferne ich jetzt hier einfach mal nicht. Muss grad mal kurz gucken. Kann ich was hinbauen? Kann ich hier wieder eine Treppe draufstellen? Bauen wir mal so ein bisschen, weiß ich nicht, auf dem Berg irgendwas. So, dann geht's hier runter. Oder nicht. Geht's halt hier weiter. So, und dann kann man hier auch nochmal was hinbauen. Ich weiß jetzt nicht, was ich baue, Leute. Aber ich, ich mach's halt einfach. Ich baue halt irgendwas. Erstmal ein Fundament. Mal gucken. Oh Gott. Und das will ich euch jetzt, das will ich euch jetzt wochenlang zeigen. So ein Gefäle. Das ist mir ja schon, schon selber ein bisschen peinlich. Irgendwann ich hier so fahle. So, mach ich das so. Na, jetzt hat's grad kurz geleckt. Oder gespeichert. So, da kann man dann auch mal was Schönes hinbauen. So, weiß ich nicht. So Wege und alles. So schön. Das schaut immer bei mir ganz gut aus. Aber wenn ich so Gebäude baue. Alter Verwalter, sehen die hässlich aus. Das ist ja quasi Modo und Model gegen. Ich sag euch, Leute. Wenn ich früher im Mittelalter gelebt hätte. Wenn ich Ingenieur oder sowas gewesen wäre. Die hätten nicht nur die Hexte auf den Scheiterhaufen geschmissen. Die hätten mich eiskalt, hätten die mich mit auf den Scheiterhaufen geschmissen. Hätten die gesagt. Hier. Kann ich bauen. Verbrennt immer bitte. So in etwa. Hätten sie das dann gemacht. Hätte ich mir selber leid getan. So, wie schaut denn das jetzt so aus? So. Es geht. Dann kann man hier ein kleines Gebäude hinstellen. Theoretisch. Ah, ich will irgendwo eine Brücke hinbauen. Irgendwo will ich eine geile Holzbrücke hinbauen. Wo ist wo? Das bietet sich alles hier nichts an. Bietet sich nicht an. Hm. Was kann man denn hier oben hinbauen? Einen Turm vielleicht? Wollen wir oben vielleicht mal einen Turm hinbauen? Ich kann ja schon mal einen Umriss machen. Am besten. Ja, ich mach den jetzt einfach mal rund. Ich mach den Turm jetzt einfach mal aus Stein. Und am besten rund. Hier so. Am besten dann auch nur. Ja. Winzig, mega klein. Hier so vier Blöcke. Eins muss dann für die Tür bleiben. Genau. Dann ziehen wir den mal so ein bisschen hoch. Eventuell mit Türen. Äh, mit Fenstern. Wollen wir das mal so machen? Weiß ich, wie das aussieht. Schaut, wenn wir da jetzt überall Fenster dran kloppen. Wie sieht denn das aus? Ich will jetzt nicht, dass er in sich zusammenfällt. So ein, ja so ein. Hat doch auch so ein Turm mit ganz vielen.